hallo ist der martin von meine monkeys dass die daxanalyse für freitag den 3.3.2023 unser dax der hängt noch immer ganz schön fest hier auf seiner menschen wir uns gleich im chart angucken da sieht man wie er sich sträubt oder einfach unfähig ist sich weg zu bewegen weiß gar nicht ob das mit absicht ist oder nicht stellt sich einfach noch kneten dämlich an oder ganz einfach körperlich physisch nicht körperlich physisch bin ich auch ganz schön angeschlagen bin noch ganz schön fertig das wochenende seminar wochen das jetzt noch ganz schön in den knochen man wird doch nicht mehr jünger und das noch ein ganzes wochenende durchpauen dass das sitzen auch noch dazu irgendwie eine erkältung eingefangen weiß gar nicht woher irgendjemand ein falsches küsschen gegeben keine ahnung oder es war einfach zu frisch deswegen wundert euch nicht wenn es nicht ganz so motiviert wie sonst ist hier ja ich bin halt auch nicht mehr der wenigste fällt mir doch schon ein bisschen langsam schwerer hier sich dann trotzdem ranzusetzen und hier volle power durch zu ziehen also ich musste mir jetzt auch noch mal das video von gestern anhören ich habe es nicht mehr ganz vor augen gehabt mit welcher ausgangslage wir hier in den tag eingestattet sind weil es ist auch echt wirklich viel passiert halt ne ich konnte mich noch erinnern bzw habe es jetzt auch gehört in der gestrigen analyse dass wir darüber gesprochen hatten dass er hier einen wellenschnitt hätte und deswegen noch mal neues tief machen müsste dann habe ich aber gesehen wie das tiefer eigentlich tiefer deswegen hätte es eigentlich gar nicht machen müssen hat es aber trotzdem heißt von dem tief kann jetzt egal was kommt erstmal neu gezählt werden neue ausbruchsmöglichkeit und so weiter und so fort das einmal resettet weil neues tief eben wieder geglaubt wurde man sieht es hier ganz deutlich da wo wir das letzte mal noch mit den linien versucht haben unten draufzustellen und die trigger linie eben nicht nach unten auszuführen hatte das jetzt auch wieder mit den katzen gemacht das ist schon hochgradige kunst ich meine wir benutzen hier den h2 notgedrungenermaßen weil wir durch corona aus unserem h1 ein bisschen verdrängt worden wo die volatilität zu hoch war und die linien plötzlich alle total dicht waren wir hatten ja vorher teilweise 30 40 50 punkte tages range da waren die ganzen stundenmarken alle ein bisschen orientiert an die tagesspanne die der dax damals hatte dann kam corona hat alles durcheinander gewürfelt dann hat man plötzlich tage mit 500 600 700 800 punkten drin sind dann auf den h2 ausgewicht und haben dort ein bisschen ausgedünnt und man könnte meinen dass ich hier mit meinem h2 chart den marktsignal geber spiele keine ahnung also das ist schon ungewöhnlich dass er das wirklich so präzise und so genau hier gemacht hat wahrscheinlich sind wir einfach schon zu viele die hier hören keine ahnung die ganzen jungs aus frankfurt sitzen früh am hong da und die die money monkeys analyse ich weiß so ist es nicht ja ist kleiner spaß es ist nur sehr auffällig eben wir hier diese steigende trendlinie versucht zu verteidigen so jetzt haben wir folgend sachverhalt wir hatten gestern gesagt wir hatten gestern gesagt wenn er unter dem tief vom dings abhaut beziehungsweise sogar schon unter 270 abhaut hatte ich gesagt macht bestimmt das geld bei 230 zu und geht mal zu 150 100 die 150 haben uns den punkt genau angelaufen haben uns von dort auch gut hochgeschoben wir hatten in der analyse auch gesagt dass er locker wieder bis hier oben ran kann wenn er sich aufdreht wenn er auch über 330 geht das ist ihm am morgen nicht gelungen aber eben jetzt am nachmittag so jetzt haben wir die situation dass wir am nachmittag jetzt die 330 überwunden haben wunderbar auf der 15 1 50 grüne stundenkerzen nach oben dass das was möglich jeden donnerstag immer wieder erzählen achtet darauf in der markt und grüne stundenkerzen wird an unseren wichtigen zonen der kann bis nach oben komplett wieder durchziehen das hatte hier eben auch getan hat machen premium update hat man auch bei 250 das war ja der erste rücklauf von die unten haben auch noch mal gesagt jetzt passt auf entweder der 30 hätte es wirklich von 250 sauber nach unten und macht sich lang richtig lang unten raus oder läuft einfach drüber und dann geht er noch bis 365 400 da hoch und holt sich am freitag dann die obere kante so und das ist jetzt das stichtwort sollte der jetzt zum freitag hier ein bisschen flachsig rein starten der darf auch tiefer rein starten er darf durch durchaus noch mal 330 300 anlaufen und er dreht sich dann aber hoch macht 10 uhr 11 uhr neue tageshochs sollte man auf dem radar haben dass der Kerl hier im zweifel sogar wieder bis 94 500 hochsteigen kann und auch 550 565 das ist wäre nicht ungewöhnlich in der situation auf dem freitag aber wir haben auch irgendwo hier jetzt so ein freitag drin gehabt der richtig abgeschmiert der hier erinnert euch dieser richtige randaler freitag von letzter woche der hätte in der situation hier jetzt wenn der kommt wenn wenn ihr wirklich ihr seht früh 300 330 meinetwegen machte ich ein paar abwärtsgib und er bleibt auf zug und der macht auch bei 250 270 überhaupt keine anstalten irgendwas nur nach oben zu reagieren und es ist schon 12 uhr es ist schon 13 uhr und ihr seid schon unter 270 dann vergisst alles was wir hier sagen mit 550 94 und höher wenn er das noch mal so macht aus der situation dass er jetzt hier runter vorgelegt hat jetzt so etwa 61 prozent korrigiert hat und er streckt sich hier noch mal lang dann geht er direkt schon unter die 15 1 50 11 oder die 15 100 und das am freitag und dann macht er macht der montag die sks fertig ja bringt dann abwärtsgib dann kommt keiner mehr rein macht irgendwie 15 50 auf oder was traut sich keiner mehr rein gehen sie alle long weil sie denken jetzt haben sie den großteil verpasst und dann zack steht er unten bei 14 800 also das ist noch immer range wir sind noch immer im seitwärtsmuster hier ist noch nichts nach unten richtig aufgelöst noch nichts nach oben aufgelöst jeder versuch unten raus jeder versuch oben raus bisher immer wieder umgedreht worden deswegen muss man stand hier auch noch auf beiden seiten ausbrüche einplanen und sich darauf wappnen man muss sich darauf vorbereiten dass er oben aber eben auch noch unten raus gehen kann man kann sich es hier nicht erlauben und sagen okay ich kenne die zukunft ich meine die wirtschaftlichen daten besser einschätzen zu können wie die anderen ich sage das steigt wenn er steigt dann darf man da stehen und sagen ich wusste es steigt ich geht es doch das ist vollkommen okay aber was man nicht machen darf ist wenn dann das seitwärtsmuster nach unten verlassen wird und man steht da jeder muss aber steigen und man geht die ganze zeit lang dagegen das tut weh andersrum genauso wird diejenigen die sagen der muss fallen der muss fallen ich baue short ich baue short und auf einmal steht die karte über 16.000 hast du auch nichts gekonnt deswegen bleiben wir hier mal aufmerksam gucken uns das ganz genau an wie der sich hier weiter zur seite schiebt wie gesagt wenn er auf aber dann muss er wirklich also da brauche ich also über 4 10 4 20 brauche ich nicht mehr wenn er am auf dem strich so jetzt direkt nach unten durch startet wie letzte woche freitag und er macht richtig dann kommt auch schneller runter wie er vorher hoch gekommen ist dann bitte aufpassen dann wäre mein kurs hier für den freitag tagesschluss um unter 15 100 ja aber da muss richtig stress drin sein kommt der stress nicht der ist nur übelst ruhig zur seite oder drückt vielleicht sogar hoch oder hat hier bloß am vormittag langsam und entspannt so eine 15 3 35 15 300 abgearbeitet dreht sich von dort auch wieder hoch dann long dann würde ich definitiv unsere lisa long reingeben ja die wollte die wollte jetzt hier shorts das hat mir nicht gefallen haben gesperrt dachte mir der macht bestimmt noch gebt los da oben da hat man ja schon diese fetten konter kerzen hier drin ja aber würde die zum freitag lang wollen ich würde sie freigeben wenn du oberhalb von 3 30 hier steht was haben wir fünf schluss ich erkenne es gar nicht mehr mensch 3 80 ist das 3 80 haben und schluss also über 3 80 sagen wir über 350 wäre ich auch noch bereit long zu suchen wenn er sich gerade eben aufgedreht hat ja aber ich gehe nicht lang wenn der da tiefer ist wenn du 270 oder wo auch immer rumlungert das würde mir viel zu sehr danach riechen wie er es macht ja 15 100 platt ja aber wenn er wenn er wenn er dran bleibt oben lasst ja wirklich bis 15 55 hat er locker platz das kann er am freitag easy schaffen da hier an die linie wieder dran sind sie wieder alle vollkommen aus den häuschen schließen wir wieder da oben können wir am montag wieder groß reden na jetzt lang oben raus passt gut auf so wie letzte woche freitag und dann knallt ja also hier bitte ein bisschen aufpassen ist beides möglich wir sind mitten in der range wir haben 50 50 chancen wahrscheinlichkeitserhöhung kriegen wir tatsächlich erst wenn das muster oben oder unten verlassen wird dann können wir wieder größer aufdrehen umso länger die ganze karriere dauert umso muss man aber auch dazu sagen umso eher geht es von 50 50 50 richtung wahrscheinlichkeitserhöhung oben raus es dauert dann irgendwann zu lange auch die sks die ist vom timing her schon also mehr als überfällig ja die lösen immer besonders hässlich aus im dax das ist nichts neues aber das ist ja schon mega hässlich ne also das ist schon das ist schon fast eine ausgewiesene behinderung was er jetzt hier hat ja aber nützt nichts machen wir das beste draus ja deswegen acht denkt auch dran was man gestern gesagt hat mit range handel habe ich heute auch wieder einige erwischt ja die einfach wieder in der mitte ihrer stop loss reingeknallt haben das macht man nicht lässt sich nicht mittig in der range ausstoppen ja aus der range im oberen bereich wird runter gehandelt unten wird oder man wartet bis er draußen ist bis er wirklich draußen auch mal wirklich draußen ist sucht dann rückläufe und tradet dann in ausbruchsrichtung weiter so trägt man technisch richtig ja okay gut freunde ich mache hier zu wünsche euch zum freitag gutes gelingen bleibt schön aufmerksam ja handelt das was ihr seht das ist der wichtigste hinweis den man überhaupt noch geben kann ja wenn ihr seht der ist stark dann sucht dann nicht schaut wenn ihr seht der ist schwach dann sucht dann schlagen mit dem markthandeln ja und dann drücke ich euch die daumen dass ein paar punkte rauskriegt ich drücke mir die daumen dass ich langsam wieder fit bin und am wochenende mal ein bisschen zeit aber ich muss auch noch wie bin am menschen auch noch nicht rumgeschickt so text zusammenfassungen das ist ja ich will nicht jammern aber momentan ist hier liegt noch relativ viel rum also ich wünsche euch was angenehmes wochenende und dann bis in aller frische am montag wieder bis dahin tschüss